Entdecke Zahlen, Glückszahlen. Winnie Puch und seine Freunde haben jeder eine Lieblingszahl, die ihnen Glück bringt. Ein einziger Tiger. Meine Lieblingszahl ist die 1, denn von meiner Sorte gibt es hier nur einen Tiger. Und das bin ich, Pralltiger. Zum Knudeln braucht es 2. Ich mag die 2 am liebsten, denn sie steht für Mama und mich, mein Truch. Rabbids 3 Vorlieben. Ganz klar, die 3 ist meine Zahl, denn ich habe 3 Vorlieben. Blumen, Früchte und Gemüse, gesteht Rabbid. Ias vierblättrigen Klee. Meine Lieblingszahl ist die 4, denn irgendwann finde ich sicher ein vierblättriges Kleeblatt, seufzt Ia. Geniessen statt zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Zahlen sind nicht wichtig, findet Buch. Hauptsache, ich habe genug Honig für ein Festmahl. Zählen macht Spass. Rabbid nimmt zum Zählen seine Finger zu Hilfe. Zähl doch einmal die Dinge um dich herum. Zahlen in der Natur. Ia und Ferkel haben die Bienenbeinchen gezählt. Es sind 6. Wie viele Blütenblätter hat wohl diese Blume? Viele Beine. Alle Insekten haben 6 Beine, 3 an jeder Seite. Die Ameise, der Schmetterling, der Marienkäfer. 8 Beine. Ferkel hat große Angst vor großen Spinnen. Sie sind übrigens keine Insekten, denn sie haben 8 Beine. Achterbahn. Um ihren Artgenossen mitzuteilen, wo die nächsten Blumen sind, tat die Bienen eine 8. Alles Gute. Zu deinem Geburtstag gibt es sicher immer eine Torte. Die Kerzen auf dem Geburtstag Kuchen zeigen, wie alt du wirst. Wie alt werden sie wohl? Der Frosch, der Hase und die Schildkröte haben heute Geburtstag. Zähle die Kerzen und verrate uns, wie alt sie werden. Siegerehrung. Winnie Buch und seine Freunde haben einen Wettlauf im 100 Morgenwald gemacht. Tiger wurde erster, rucht zweiter und Buch dritter. Erst zählen, dann teilen. Kanga hat für Buch eine wundervolle Torte gemacht. Doch bevor sie sie anschneidet, muss sie alle Freunde zählen. Winnie Buch, Ia, Rabbid, Eule, Tiger, Ruch, Kanga und Ferkel. Das macht 8 Freunde. Für 8 Freunde braucht man 8 Stückchen Torte. Passt gut auf, dass keins fällt. Nicht verzählen. Wenn Rabbid Äpfel pflückt, zählt er sie gern. Immer mehr Äpfel. Zuerst pflückt er 5 Äpfel, dann noch 2. Das macht zusammen 7. Immer weniger Äpfel. Rabbid gibt Buch einen Apfel. Jetzt hat er noch 6 übrig. Zähle mit Buch und seinen Freunden. Für Winnie Buch und seine Freunde ist es ein Riesenspaß, alles zu zählen. Wie viele Bienen fliegen um Buch herum. Wie viele Blumen wachsen von Kanga im Gras. Wie viele Disteln verspeist Ia gerade. Wie viele Äpfel hat Ferkel gepflückt. Wie viele Schmetterlinge fliegen hier. Schau, was du alles zählen kannst. 1. Die Sonne. Der Mond. 2. 2 Töpfe Honig, die Buch trägt. 2 Schuhe. 2 Handschuhe. 2 Flügel. 3. 3 Fische. 3 Tassen. 3 Törtchen. 3 Blumen. 4. Die 4 Beine von Ia. 4 Äpfel. 4 Karoten. 5. 5 Marienkäfer. 5 Eicheln. 5 Disteln. 5 Buntstifte. 5 Erdbeeren. 6. 6 Schmetterlinge. 6 Lutscher. 6 Kerzen. 6 Tomaten. 7. 7 Kürbisse aus Rabbidsgarten. 8 Geschenke. 8 Geschenke, die Ferkel hier verpackt hat. 8 Beine. 8 Kirschen. 9. 9 Haselnöse. 9 Bonbons. 9 Himbeeren. 9 Blätter. 10. 10 Eier. 10 Birnen. 10 Ameisen. Und weiter. 11 Schuppen. 12 Farben. 13 Streifen. 14 Knöpfe. 15 Punkte. 16 Maiglöcken. 17 Bluttenblätter. 18 Weihnachtskugeln. 19 Weintrauben. 20 Flecken. Und weiter. Buch freut sich sehr über die vielen hundert und tausend Bienen, die den leckeren Honig machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Freunde sind genug, um zusammen zu feiern und viel Spass zu haben. 8 Freunde sind genug, um zusammen zu feiern und viel Spass zu haben.